Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Tokaboka. Ihr seht gerade, ich stehe im nagelneuen Park, den ich tatsächlich noch nicht hergerichtet habe. Ihr habt euch alle gewünscht, dass ich den Park schön dekoriere, aber dadurch, dass ich auf diesem Account, falls du es nicht weißt, ich habe auf meinem iPad einen komplett neuen Account angefangen. Ich kann den Account vom Google Play Store leider nicht auf den Apple Store übertragen. Ich habe Tokaboka gefragt, das ist nicht möglich. Ich muss mir alles neu kaufen, ich muss alles neu einrichten. Und ich habe mich aber dazu entschieden, weil jedes Mal, wenn auf Bluestacks, auf das ich eben Google Play spiele, jedes Mal, wenn ich das deinstalliere oder wenn ein neues Update kommt, dann wird alles bei mir zurückgesetzt und ich muss alles neu einrichten und das dauert viele, viele Stunden. Deswegen kamen auf Tokaboka einfach in den letzten Monaten so unfassbar wenig Videos, weil ich jedes Mal mich stundenlang hinsetzen muss und alles neu einrichten muss. Und das Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist, ich habe hier gar keine Packs. Ich habe keine Packs. Gar keine. Also gar keine nicht. Ich habe mir den Park gekauft. Ich verlinke euch den Park einfach mal im i, als ich den gekauft habe. Und ihr hattet euch eben gewünscht, dass ich den herrichte. Ich habe aber Schwierigkeiten, weil es sind so wenig Gegenstände, die ich habe und ich bin es gewöhnt, dass ich alle Gegenstände habe, dass wir heute Packs kaufen. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt, ich glaube, zwei oder drei Tage gewartet, um das zu kaufen, denn es ist halt schon echt richtig, richtig bitter. Ich habe mir schon mal die ganzen Packs gekauft und jetzt muss ich mir die Packs nochmal kaufen. Und ja, es ist ehrlich gesagt ziemlich teuer, aber ich möchte Tokaboka weiterspielen. Tokaboka ist einer meiner Lieblingsspiele. Ich finde es so süß und ich liebe es, mir Geschichten auszudenken und die zu spielen und die euch zu zeigen. Und falls dir meine Videos gefallen, dann lasst so sehr, sehr gerne einen Like auf dem Video und lasst ein kostenloses Abo da. Dann weiß ich auch, dass ich weiter Videos für euch produzieren soll. Und ich danke euch nochmal für eure Unterstützung, dass ihr gerne meine Videos guckt. Und deswegen machen wir heute einen riesengroßen Kauf. Ich glaube den größten, den größten Kauf, den ich jemals gemacht habe. Und zwar kaufen wir dieses Megapaket. Leute, das ist so teuer. Das Megapaket kostet 99,99 Euro. Das heißt 100 Euro. Aber in diesem Paket haben wir alles Mögliche. Ich wollte unbedingt wieder die Schule haben, denn die Schule ist einer der wichtigsten Dinge. Ihr seht die Schule. Außerdem haben wir hier ein Gymnasium, das Gymnasium wieder. Das wollte ich auch unbedingt haben. Ich möchte aber auch die Uni haben, ein paar Parks und so weiter. Und ich habe mir lange überlegt und ihr hattet mir auch ganz viel in die Kommentare geschrieben. Kauf dir doch das Megapaket. Da hast du alles, da ist alles drin und dann kannst du wieder neu starten. Und hoffentlich hast du am iPad dann nicht mehr so große Probleme. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe es auch. Und wir werden eine neue Familie erstellen oder vielleicht sogar zwei oder drei neue Familien oder fünf. I don't know, ich weiß es noch nicht genau. Und dann werde ich neue Roleplays produzieren für euch. Und ich hoffe, dass es jetzt dadurch, dass hoffentlich auf dem iPad nicht mehr so viele Sachen zurückgesetzt werden, habe ich auch mehr Zeit, eben die Roleplays für euch zu machen. Und dann könnt ihr hoffentlich jede Woche mit einem neuen Roleplay rechnen. Aber heute wird kein Roleplay gemacht, sondern heute kaufen wir alle Packs in Tuckabucka. Ich bin mir nicht sicher, ob hier alle Packs dabei sind. Und falls nicht, müssen wir nach dem Pack kaufen nochmal gucken, ob wir noch irgendwas brauchen. Dann habe ich über 100 Euro ausgegeben. Aber Leute, guckt euch mal das an, was wir alles in diesem Megapaket bekommen. Ich hoffe jetzt einfach nur so sehr, dass ich keine Probleme mehr haben werde auf Tuckabucka, dadurch, dass ich jedem jetzt am iPad spiele. Und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt richtig, richtig krass, neue Häuser einzurichten und mit euch gemeinsam einfach wieder viele Roleplays zu spielen. Du kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was dein Lieblingspack in Tuckabucka ist. Ich glaube, mein Lieblingspack ist immer noch das Gymnasium. Ich habe einfach so viel Spaß gehabt, die Gymnasium-Videos zu machen mit meiner kleinen Schwester, die es tatsächlich auch in Real Life gibt, Leute. Also die Christina ist tatsächlich meine Real Life Schwester. Ich habe tatsächlich zwei Schwestern. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob beide Schwestern in einem neuen Roleplay vorkommen sollen. Und ja, Leute, wir tun es. Wir geben jetzt einfach 100 Euro aus. Leute, das ist so unfassbar viel Geld. Oh mein Gott. Aber wir geben jetzt diese 100 Euro aus und kaufen uns all diese Packs, die ich euch jetzt gerade eingeblendet habe. Ehrlich gesagt dachte ich, dass es mittlerweile einfach, dass ich euch alles gezeigt habe jetzt. Aber ich habe zu Ende geredet und es waren nicht mal alle Packs. Es sind so unfassbar viele Packs. Es heißt hier, wir haben sieben Möbelpakete, 550 Figuren, 500 Haustiere und 110 Szenen. Das ist crazy, Leute. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Lasst es uns einfach kaufen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe es getan. Dein Kauf war erfolgreich. Ich bin jetzt so gespannt, was jetzt passiert. Oh mein Gott, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Passiert es jetzt, dass wir komplett alles jetzt bauen? Ich glaube schon, oder? Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt werden alle Sachen gebaut, die wir jetzt gerade gekauft haben. Und wir haben jetzt, glaube ich, 110 oder so Sachen gekauft. Als ob. Wir bekommen noch eine weitere Welt. Welche Welt haben... Oh, das ist die OK-Straße, oder? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Leute. Die OK-Straße wird gerade gebaut. Oh mein Gott, das ist so cool. Dann ist es der... Ich glaube, das ist der Flughafen. Und das Hotel, oder? Ich glaube, ja. Sieht so aus. Ich glaube, wir sitzen hier jetzt ein bisschen, um uns das anzugucken. Aber falls du noch nie was gekauft hast, weißt du jetzt, was passiert, wenn man letztendlich ein riesengroßes Mega-Paket kauft. Da werden alle Sachen auf einmal gebaut. Jetzt haben wir hier die Universität und das Stadion. Oh mein Gott, jedes Mal voll das Erdbeben. Oh, jetzt, glaube ich, kommt der Pferdestall, oder? Ist das der Pferdestall und der Paar? Yes. Oh mein Gott, ja. Wie süß. Was, wir bekommen noch eins? Oh mein Gott. Was kommt jetzt? Natürlich die Schule. Wir haben natürlich doch die Schule noch nicht bekommen. Let's go. Oh, und wisst ihr, was uns noch fehlt? Ähm, die Winter... Ja, ich wollte gerade sagen, die Winter-Map fehlt noch. Die bauen wir jetzt auch. Oh mein Gott, Leute. Oh, jetzt, jetzt kommen die, jetzt kommen die Häuser, glaube ich, oder? Die Häuser, die wir noch gekauft haben. Das ist so cool. Innerhalb von ein paar Minuten bauen wir einfach die komplette Toka-Map. Und ich glaube, wir sind jetzt fertig. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so glücklich, dass wir jetzt alles auf dem iPad haben. Und jederzeit, wenn ich jetzt mich einlogge, kann ich auch einfach, ja, jederzeit Toka-Bukka spielen. Auch wenn ich nicht aufnehme. Und ich bin einfach jetzt so mega, mega glücklich. Aber lasst uns mal ganz kurz gucken, welche Packs wir noch nicht bekommen haben. Denn eigentlich wollte ich alle Packs kaufen. Wir haben die Wohnung im gepflegten Weg noch nicht. Oh mein Gott, die brauche ich auch unbedingt. Ich brauche auch unbedingt das Fünf-Sterne-Hotel. Oh mein Gott, das brauchen wir unbedingt, Leute. Wir brauchen unbedingt das Hotel. Und ansonsten haben wir noch einige Stil-Pakete nicht. Das Hello Kitty-Paket. Das Beste Freunde-Möbel-Paket. Das müssen wir uns auch unbedingt kaufen. Und dann haben wir alle. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal vier, sieben, zehn Euro und ein paar Ein-Euro-Pakete. Lasst uns mit dem Fünf-Sterne-Hotel anfangen. Denn dieses Hotel sieht so cool aus. Und ich werde das Hotel auf jeden Fall auch bauen. Und werde auf jeden Fall auch einige Rollplays dann im Hotel machen. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt dieses Hotel. Das Hotel bauen wir. Ähm, lasst uns mal ganz kurz überlegen, wo wir das Hotel hinbauen wollen. Lasst uns das Hotel irgendwo hier hinbauen, oder? Hm, vielleicht hier hinter. Perfekt. Als nächstes kaufen wir das Hello Kitty-Paket und die Wohnung im gepflegten Weg. Dann ist nur noch die Frage, wo die Wohnung im gepflegten Weg hinkommt. Lasst sie uns einfach da oben hinmachen. Oh mein Gott, ich muss ja die alle nochmal... Nein, ich muss ja die alle nochmal neu bauen. Ja, das habe ich schon wieder komplett ignoriert, Leute. Aber mir gefällt diese Wohnung im gepflegten Weg richtig, richtig gut. Das heißt, die passt perfekt dahin. Und als letztes, ihr seht jetzt, wir haben eigentlich schon alle Packs. Bis eben auf diese vier Steel-Pakete, hätte ich sie jetzt einfach mal genannt. Die kaufen wir natürlich jetzt auch noch. Und dann ist es soweit. Ich habe mir gerade alle Packs in Tokabuka gekauft. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht nur alle Häuser wieder bauen, die ich jetzt endlich wieder habe. Sondern wir können jetzt letztendlich auch die neue Sandy erstellen. Oder eben auch alle Charakter, die wir wollen. Denn wir haben jetzt wieder alle möglichen Klamotten und so weiter. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie soll die neue Sandy aussehen. Und habt ihr andere Charaktere, die ihr euch wünschen würdet. Wie gesagt, ich habe vor, mehrere Serien zu machen. Das heißt, falls ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr gerne sehen wollt, dann kommt vielleicht sogar euer Charakter eines Tages in Tokabuka vor. Dann war es uns aber mit diesem Video. Ich danke vielmals. Wirst du schon, dass ihr sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!